Joho Leute, Willkommen zurück bei Rocket League und zwar im Rangkampf mit Dalu und Dom. Im Rangkampf? Hallo. Im Rangkampf? Ich lebe stehen gerade. Ich habe mich jetzt darauf vorbereitet, dass wir beide hinfallen. Also, so wie ich... Ich habe gerade nicht darauf geachtet, ich war noch so im Anmordmodus. Oh, den kriegt er noch mal. Aua! Du bist fies geschubst worden. Nice one. Ich bin Zweiter Pfosten. Ah! Ja! Jetzt sei nichts hart zu dir selbst. Oh! Schade, ich habe nur dich getroffen und nicht den Ball. Ja, ich bin deswegen auch ganz weit weg gerade. Jetzt gibt es mir noch die Schuld. Ich wollte ihn nur ablenken, wenn ich... Also, es waren alle drei hinter mir. Ja, ich war noch ganz weit vorne. Ganz weit vorne war ich noch. Wieso warst du denn so weit vorne, Dom? Ah, keine Ahnung. Ich habe sich jetzt davon hingezogen. Okay, ich bin links. Ja, der ist okay. So weit links wohl nicht. Warte, nehme ich. Nice. Schön. Einmal rein. Nee. Du da, du. Ich kann es versuchen. Kriegt er wahrscheinlich? Ja. Der auch. Hat er nicht. Mitte. Ja, war leider richtig doof. Aua. Hast du? Nein. Oh, was? Ich war da schon dran. Hallo. Einfach mal backhauen. Einfach mal backhauen. Wichtig. Ich bin hier mit Zor gerade. Den hat er. Ja, die spielen aber auch nicht schlecht. Wie auch immer. An der Seite und so. Ich glaube, dieser Gamey-Typ ist relativ gut. Also besser als die anderen. Und deswegen sind hier halt so Rank-Unterschiede. Also wer ist wahrscheinlich schon Champion? Die anderen sind wahrscheinlich Platin oder so. So kann ich mir das vorstellen. Wenn der Carrey die durch. Ja, ja, so ein bisschen. Gerade. Das war eigentlich, äh. Ah, der war echt gut. Hab ich, glaube ich. Nee, doch nicht. Du? Hat euch auch der Ball gerade gebackt? Nein. Ich hab keinen Hut. Ach so, sagt das. Ja, ihr sammelt den ja ganz allein. Nur weil ich boost habe, heißt das ja nicht automatisch, dass du keinen hast. Weiß man, einer ist gerams. Ja, zu schnell. Über zurück. Ah, Mann ey. Ah, das war doch. Ja. Aufpassen auf diesen Gamey. Der ist halt echt Stufen besser als die anderen. Unfassbar. Boah, das war knapp. Warte noch mal. Was tut ihr da? Dribbeln nennt sich das. Hier. Da kommt der Platz. Uh. Hab keinen Boost. Warte, warte. Ich dreh noch mal. Oder das da du. Dann so. Kein Boost. Kann ich's machen. Ja, der ist schon wieder. Vorsicht, der Gamey, der übertreibt wieder ein bisschen. Ah, ja, ja. Alles gut. Jetzt. Und bumm. Ja, komm rein damit. Ja, nice one. Okay, machen wir die Fernschuss-Taktik. Wie funktioniert bei solchen Gegner immer ganz gut? Da hab ich's schon gesehen, dass der eigentlich... Da hab ich's schon gesehen, dass der eigentlich... Hui. Ah, okay. Wir brauchen leider noch so'n Ding. Ja, mach mal. Na, den hätt ich. Ich hatte nen Schuss, aber gängig. Jetzt aber Dom. Jetzt da! Oh ne, so schnell bin ich nicht. Wir müssen uns ein bisschen auf den Gamey fokussieren, dass wir sie nicht drin müssen. Ja, ich hab hier am Bein vorbei gribbelt. Na gut, genau. Oh Gott. Hab keinen Boost. Ist egal. Macht Darnis für das selbe Tor? Nee. Oh nein, wir sind angehoben. Oh oh Dom, du bist der Letzte jetzt. Alles gut. Ich dachte der Plan war dann, dass Dom den von unten einfach macht. Hab keinen Boost. Kein Boost. Oh! Der hat mich eiskalt verarscht. Kein Boost. Immer noch nicht, auch nicht. Aufpassen. Ich hab nix zu. Ich bin im Zorn. Na geh du raus. Ich bin hier, ich hab Boost. Ich bin im Zorn. Fahrt dir gerne raus. Ich krieg keinen Boost. Jetzt hab ich endlich was. Der ist doof. Hab ich. Ja, lass einfach durch. Ja, alles gut. Nein, komm nicht gut. Ja. So wär gut gewesen. Der erste war noch nicht gewinnen. Oh Gott. Wie kriegt der denn ab? Ja. 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 Jannik. Und jetzt? Jannik. Was hast du da, Kops? Ja, ich dachte, du machst ihn auch so rein. Ja, ging. Wollte ich, aber ich hatte keinen Boost mehr. Da war vorbei. Mit der Show. Boah ey, wir haben so viele Chancen die ganze Zeit, ne? Furchtbar. Aufpassen. Jetzt hab ich wieder Boost erst. Kein Boost. Oh ne, der ist zu hoch. Kein Boost, Leute. Was ist los? Mist. Ja, das kostet zu viel Zeit. Ja. Eine kriegt die. Jetzt. Lass doch mal. Nochmal hoch. Ne. Awww. Also, pass auf. Der Gamey ist halt viel zu gut. Pass mal bitte auf. Der ist bestimmt schon Champion und die anderen sind wahrscheinlich Platin oder so. Ja, okay Gold. Okay Gold. Okay, der eine ist Gold. Aber da merkt man halt diese Rank-Unterschiede, wenn halt... Das ist halt dann... Ich bin auch nur noch Platin jetzt. Ripp. Ja, gut, aber... Sad Story. Ja, das ist halt... Ja, das ist halt... Ja, ja. Ich bin auf der rechten Seite. Mach ich Backroll? Ne, dann nicht. Dann kann ich nicht rechts gehen. Achso. Warte, ich bin ja vorne auch. Kann sagen eigentlich war... Fiel mir gerade auch. Aber warte mal, ich bin doch vorne. Ich muss doch... Mitte? Ja, zu stark. So vielleicht. Oh! Noch einmal? Ja, ich versuche. Ging aber nicht. Nö. Nice one. Den krieg ich aber nicht. Ist zu hoch. Ja. Nehm ich vielleicht. Nein, ist zu hoch. Fuck. Von dem Zorn? Ich kann nur zerstören. Ah. Oh! Jetzt, jetzt, jetzt! Okay. Ich bin auf jeden Fall so verunsicher, dass er den nicht gehalten hat. Schau mal, Basti spielt doch mit. Ja. Ich bin links. Ich hab den ein zerstört. Oh! Ja, hab den. Oh, einer verlässt schon. Weiß der den nicht zerstört hat? Der zwei sind schon raus. Der ist noch alleine. Okay. Ja. Ja. Ja komm, gib einfach auf. Dann kriegen wir noch ein Match zustande. Danke. Tschau. Alles klar. Ja. In unseren Wins sind wir so dominant. Die Leute lieben einfach. Nach einer Minute alle drei. Wenn wir gewinnen, dann, wenn die merken wir gewinnen, dann auf jeden Fall. Genau. Okay, weiter geht's. Dann haben wir einfach keinen Bock mehr. Dann haben wir einfach keinen Bock mehr. Und nicht mal einen Uprank krieg ich da für frech. Diamond 3. Ja, du verlierst mehr Punkte als du bekommst. Das ist halt immer blöd. Beim Loose hast du halt mehr Loose als Win by Wins. Ja. Habt aber auch viele Punkte gemacht in dem Match. Ja. Für die Zeit. Für die Kurze. Der GG-Clan. Ja, der GG-Clan. Ich bin rechts. Von rechts auf rechts ist schwer. Ja, ja. Ich schläge ihn nochmal so ab. Ja, ich muss ihn ins Tor fahren. Ja, den hast du aber. Jo. Ah, was? Läuft? Ich geh nach hinten. Ich muss doch nicht erst da nur. Warte, dann geh ich mit dich. Jo. 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 Ja. Nicees Ding. Schön. Jo. Alter. Aus dem Winkel. Da hab ich's aber heute mit. Ja, machst du gut. Jo. Boah, meine Drehung sah auch professionell aus. Ja. Für die Fans noch, ja. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Bei dir Dom. Boah, okay. Sorry. Ja, hätte ich schon sagen sollen. Oh. Habe ich überhaupt nicht gewusst, dass der Ball bei mir ist. Deswegen hab ich ein bisschen schlecht reagieren können gerade. So, ist ein Ball. Ja. Wir wollen's ja spannend halten. Nice. Oh, die haben wir gut getroffen. Ja. Schönes Ding. Oh, der hat ja den Rebound versaut. Oh, der hat ja den Rebound versaut. Kann er nur. Deiner Dom. Oh, ist der sehr gut auch. Mit drin? Jetzt aber. Oh, er verf... Meine Güte! Darauf kann keiner reden. Ja, ich weiß. Da war ich aber auch nicht drauf gefasst mehr. Ich war ja auch noch zur Absicherung eigentlich da. Da schießt noch einer jetzt. Ja, den krieg ich grad nicht mal. Da ist Scheiße. Mann, ey, wie verkack ich das denn gerade hier. Aaaaah. Falsche Ecks waren. Ah, dass der erste schon nicht reingeht, ne? Der war so schön. Einer ist tot. Wer da vorne, hinten stand. Und? Ja, an einem vorbeigedribbelt. Ja. Ah, schade. Ich bin auch zuß. Das dem Fall. Kann ich nicht immer rühren dürfen, ne? Alles gut. Jetzt wird's nur schwer. Ja, ist gut. Der hat ja nicht gut getroffen. Über die Flanke. Schön. Nehm ich. Ich. Schön. Und jetzt der Rebound von Dalu. Da drich um, da, Mann! Ja, das wär schon gelegt. Ja. Ich werd, ich werd nur... Ja, sorry, von mir, von mir. Oh, die kriegt er nochmal. Vorsicht, der kommt. Der ist noch nicht. Ich hab nicht viel Schwung, weil nicht büßt und so. Oh nein. Ah. Hit. Uff. Ah, von der Vorlage, ey. High Guards hab ich aber auch nur die Vorlagen für die am Start hier. Komm. Das andere Tor ist. Das von denen. Ja, es war, ey, doof gedreht so. Ah, Mann, ey. Ich bin links. Links. Jo, nice. Sorry. Macht nix. Den kriegt er. Den dreh ich einfach. Ah. Und da macht keiner was. Ne, dann, dann tatsächlich machen die nix. Und du. Habt er nochmal. Hab ich? Ja, nimm du. Geh weg. Hab ich nochmal gleich. Oh, okay. Ich muss den Boost holen gerade. Meiiin. Hast du nochmal? Nehm ich. Oh, schade. Boah, ey. Ich dachte eigentlich, der geht fleißig über direkt. Nein. Oh. Oh, was ist der? Richtig, schönes Ding. Richtig, ja. Okay, dann so weg. Ist mir auch recht. Da? Kann der denn? Ah, schade. Ja, den kriegt er schneller als ich. Kein Boost. Ja, da kommt der auch zu mir. Den hat er echt gut erwischt. Ah, Mist ey. Dann macht er ihn so noch rein, ey. Was die ja für den Weg haben. Dann will die auch dann aufkommen. Ja, ja. Komm, drei teure Leute. Das schaffen die noch. Ritz. Nehm ich. Oh, schade. Sorry, ich war schon da. Naja, aber... Boah, shit. Richtig. Ne. Leg ich nochmal weg. Oh nein, kommt aufs Tor direkt. Ist auch schon drin. Jo. Okay, komm, gehen wir auf das Spiel. Dann... Haben wir drei Runden nebenbekommen. Ist doch auch okay. In der Episode. Das ist auch... Guck mal, die Bälle dann auch, ne? Dann so und so und so. Ja, das ist... Ey, 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 ey. Ah ja. Was? Da machst du nix gegen manchmal. Granaten. Guten Tag. Tja. Ja. Gerne. Das war eine Folge Rocket League im Ranked. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin. Tschau. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017